Der Kulturpark in Neubrandenburg soll bald um eine Attraktion reicher werden. Denn geplant ist, in direkter Nachbarschaft der Tiergehege ein Radspielplatz zu errichten. Dieser umfasst einen 165 Meter langen Pump-Track. Das ist ein künstlich angelegter Rundkurs aus Erde und Asphalt versehen mit Wellen, Kurven und Sprüngen. Daneben soll noch eine kleine Hügelstrecke zum Beispiel für Laufräder eingerichtet werden. Momentan wird die Ausschreibung für die Bauarbeiten vorbereitet. Diese soll Mitte April beginnen und der Platz soll im Spätsommer fertiggestellt sein.